Hallo, ich bin Lucky. Komm, ich zeig dir meine Welt. Kannst du mir bitte helfen? Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Yeah! Gut gemacht. Zeig was du kannst, Spirit. Vielen Dank. Das war super. Kannst du mir bitte helfen? Das schaffen wir. Super. 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 Vielen Dank. Das war nett von dir. Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das schaffen wir. Gut gemacht. Vielen Dank. Das war nett von dir. Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe. Ja! 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 Vielen Dank! Das war nett von dir! Kannst du mir bitte helfen? Ja! Das schaffen wir! Gut gemacht! Vielen Dank. Das war nett von dir. Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Zeig, was du kannst, Spirit. Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Vielen Dank. Das war super. Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Super! Vielen Dank! Das war nett von dir! Zeig, was du kannst, Spirit! Spirit! colika Jahaw! Schneller! Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Ja! Ja! Super! Super! Vielen Dank! Das war nett von dir! Kannst du mir bitte helfen? Das klingt nach einer tollen Aufgabe! Da geht's! Wut sind wir! Jee-haw! Schneller! Vielen Dank! Das war super! Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Ja! Super! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank, das war super! Kannst du mir bitte helfen? Kein Problem! Ja! Ja! ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Das war super. Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das schaffen wir. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich mein Herr pizza. Ich habe eine Aufgabe für dich. Super! Super! Woohoo! Vielen Dank, das war nett von dir. Kannst du mir bitte helfen? Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Wohooo! Super! Wuhu! Vielen Dank. Das war super. Wer bist du hier, Lucky? Ich habe eine Aufgabe für dich. Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe eine Aufgabe für dich. Vielen Dank. Das war super. Kannst du mir bitte helfen? Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Super. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut gemacht! Vielen Dank! Das war super! Gut gemacht! 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 Gut gemacht. Zeig, was du kannst, Spirit. Das war super. Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das schaffen wir. Ja! 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 Super! Zeig, was du kannst, Spirit! Vielen Dank, das war nett von dir. Kannst du mir bitte helfen? Das klingt nach einer tollen Aufgabe! Jeha! Schneller! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Das war super! Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich Kein Problem Super! Super! Yeeha! Schneller! Gut gemacht! Ja! Vielen Dank, das war nett von dir. Yeeha! Schneller! Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich. Kein Problem. Kein Problem. Trifass die Pants, Spirit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Lucky Da bist du ja Lucky, ich habe eine Aufgabe für dich Kein Problem Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Lucky Da bist du ja Lucky, ich habe eine Aufgabe für dich Kein Problem Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! 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 Da bist du ja, Lucky. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das schaffen wir. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das klingt nach einer tollen Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe für dich. 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 Das klingt nach einer. Ich habe eine Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe für dich. 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 Ich habe eine Aufgabe für dich.